Hallewolle Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwert. In der letzten Folge sind wir nach Fairbally gegangen und hier ist diese wunderschöne Feen-Arena und die City ist auch ganz hübsch. Und ja, wir werden heute die Feen-Arena machen. Bin sehr gespannt, wie die jetzt aufgebaut ist, weil die Arenen sind in diesem Spiel ja eigentlich alle ganz toll designt. So, zu meiner Taktik, Leute. Jeder weiß, Feen-Pokémon sind schlecht gegen Gift und Stahl und deswegen habe ich an erster Stelle einmal die Nickel gepackt, denn die hat eine Gift-Attacke. Tatsächlich, nehme ich den Gift-Tieb, der anscheinend auch sehr stark ist mit 80 und kann sogar die Gegner vergiften, was ganz toll ist. Und an zweiter Stelle mein Suncrow, weil der halt auch gerade eine Stahl-Attacke gelernt hat, weil er sich zu Kramburgs weiterentwickelt hat und der Rest ist halt nur so da. Jetzt bin ich noch am überlegen, ob ich dieses doppelte Preisgeld haben will oder aber, ob ich den Wahlschalen-Nickel geben soll. Dadurch ist nämlich der Initiative-Wert, glaube ich, sehr, sehr stark erhöht, aber sie kann dann nur noch eine Attacke einsetzen. Aber da ich die anderen Attacken ja sowieso nicht einsetzen will bei ihr, wäre das eine Möglichkeit, oder? Komm, wir probieren es einfach mal aus, ob dieser Wahlschal toll ist. Wir haben den dann zumindest auch in dieser Stadt bekommen. Wird schon nicht so schlecht sein. So, Hallöchen. Oh, willkommen, Arena-Challenger. Möchtest du in unserer Arena-Challenge antreten? Ja, will ich. Dann würde ich dich zuerst bitten, in den Umkleidekabinen deine Uniform anzuziehen. Und dann zeig, was du drauf hast. Gut, Madame, mache ich, Madame. Guck mal, jetzt bin ich umgezogen in meine hässliche, weiße, blöde Trikot-Dingsbums. Und du sagst doch noch, die steht mir ausgezeichnet. Du lügst doch, die ist voll hässlich. Ich finde die wirklich mega hässlich. Na gut, jetzt lass mich durch. Und am Ende ist die Feen-Arena-Leiterin oder Arena-Leiter einfach so richtig böse drauf und ist gar nicht süß und knuffig. Wie man das jetzt vielleicht, oh Gott, denken mag. Ach, sie ist das. Ja, lol, ich dachte, sie hat Gift. Aber wenn sie die Feen-Arena-Leiterin ist, ist das auch okay. Ach, da bist du ja, Kindchen. Und du hast immer noch viel zu wenig Pink an dir. Na sei es drum. Meine Arena-Mission ist gleichzeitig auch ein Vorstellungsgespräch. Ich bin nämlich auf der Suche nach jemandem, der meine Nachfolge als Arena-Leiterin antritt. Du wirkst verunsichert, Kindchen. Keine Sorge, ich werde dir schon nicht den Kopf abreißen. Du musst lediglich ein paar Fragen beantworten und dabei gegen andere Trainer kämpfen. Das wird ein Kinderspiel. Du wirst schon sehen. Es gibt da nur einen kleinen Haken. Für jede falsche Antwort, die du gibst, sinken die Statuswerte des Pokémon, das gerade für dich kämpft. Dafür erhöhen sich seine Statuswerte aber auch, wenn du eine Frage richtig beantwortest. Warum das so ist, fragst du. Nun, Feen-Pokémon verfügen eben über unerklärliche Fertigkeiten. So, dann wollen wir doch mal sehen, wie du dich so schlägst, Kindchen. Ach, ich bin perfekt vorbereitet mit Nickel. Level 40 Nickel vor allem. So, aber die Arena sieht schon mal anders aus, als ich sie mir vorgestellt habe. Sie sieht eher aus wie so ein Filmset, wenn ihr mich fragt. Oder so ein bisschen Zirkus-mäßig. Okay, let's see. Ah, es ist tatsächlich ein Theater einfach. Okay, jetzt bin ich gespannt. Mein Pokémon-Wissen ist ja nicht so toll. Und ob ich Wissen über Feen habe, ist nochmal eine ganz andere Sache. Also dann, wollen wir doch mal sehen, ob du das Zeug zum Feen-Arena-Leiter hast. Ach, ich muss erst kämpfen und dann eine Frage beantworten, oder was? Wieso, Sade, du? Jetzt ist die Frage, wie wählt dieser Wahlschall aus, welche Attacke ich nur einsetzen darf? Immer die erste Attacke, die ich auswähle? Oder wie läuft das jetzt, Parfi? Parfi, sag doch mal, wie läuft das? Ich mache jetzt einfach mal einen Gift-Heap. Im Notfall haben wir halt immer noch unser Äther, wenn wir hier zu oft Gift-Heap einsetzen. Das ist sehr effektiv. Wer hätte es gedacht? Gift ist gut gegen Fe. Wow. Und das Gute ist, Nickel ist ja auch von Typ Gift. Das heißt, Fe macht sogar nur die Hälfte Schaden, wenn die dann irgendwann mal angreifen sollten. Gigasauger, das klingt auch richtig geil. Das Ziel wird angegriffen und die Hälfte des zugefügten Schadens dem Anwender als KP gutgeschrieben. Mega. Ich glaube, das machen wir statt Egelsam. Und jetzt kommt Rannik wieder an. Egelsam ist voll die OP-Attacke. Oh, du hast dich wieder voll gegen den Schwachstinn hier ausgetauscht. Mann, Dizzy. I don't care. Und ich bin auch am überlegen, ob ich ausstellen soll, dass ich die Pokémon wechseln darf. Also wenn ich ein Pokémon vernichtet habe, ob ich dann... Oh, kennst du die Schwachstelle von Feen-Pokémon? Klar, Gift und Stahl, das stimmt beides. Ich sag mal Gift. Richtig, Gift-Attacken sind sehr effektiv gegen Feen-Pokémon. I know. Ja, aber ob ich das ausstellen soll, dass meine Pokémon immer wechseln dürfen, wenn ich gerade ein Pokémon besiegt habe. Weil das ist ja schon ein bisschen unfair, oder? Ich meine, die Gegner dürfen das ja auch nicht. Ich glaube, ich stelle das gleich mal aus. Ich habe gar nicht darauf geachtet, was war das für ein Viech? Was war das für ein Feen-Pokémon? War ein bisschen gnubbelig aus. Wenn man sich auf seine Fertigkeiten verletzen kann, ist es fast egal, ob man richtig antwortet. Aber beides war richtig. Komm ruhig, du nächster Trainer. Darf ich nochmal kurz Sachen verändern? Nein? Warum nicht? Jetzt geht das dir Schlag auf Schlag, oder was? Juliana. Mit einem Flauschling. Die kennen wir ja auch schon. Die gab es im Wald und in der ganz am Anfang irgendwo schon mal. Zumindest haben wir nichts, was überhaupt keine effektiv gegen sie hat. Aber wir werden einfach permanent Gift-Team einsetzen. Weil, warum nicht? Das ist jetzt einfach Nickels Arena hier. Es kann sogar sein, dass das Ruffex, Ruffex, das Nickel, eine gute Dynamax-Version hat. Also eine richtige Dynamax-Version. Äh, wie heißt der Arena-Trainer, gegen den du als erstes gekämpft hast? Hä? Ach so. Eben gerade? Scheiße. Mit dem A oder mit dem E? Äh, Susanne? Susanna. Die Susanna. Die Susanne. Ich glaube Susanna. Scheiße. Die ist Susanne. Ja, ich und Namen, Leute. Das ist ja auch unfair hier. Aber es ist ja nur für diesen einen Pokémon-Kampf hier, ne? Deswegen ist das sowieso egal. Auf jeden Fall sieht dieses Viech da gerade aus wie aus einem Ghibli-Film. Könnte original irgendwie daraus kommen, finde ich. Sieht auch so ein bisschen dämonisch aus mit der Nase und so. Die ganze Rede wird einfach... Wir sind einfach viel zu gut vorbereitet. Aufmerksamkeit und Vorsicht sind das A und O des Überlebens. Orsel. Okay, also wir haben Susanne. Orsel und die zwei habe ich schon wieder vergessen. Wehe, die fragt gleich wieder nach dem Namen. Wer? Oh, sie hat einen Pilze-Bub. 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 Genau. Kennen wir ja auch schon. Ja, einfach permanent Ghibli. Hä? Jo, als ob er als erstes angreifen darf. Ich habe einen Walschall, der meine Initiative erhöht. Hallo? Was esse ich morgens zum Frühstück? Wer Curry morgens zum Frühstück isst. Er hat sein Leben nicht mehr im Griff. Genauso wie ich. Deswegen sage ich Curry. Scheiße. Sie ist so nett. Aber du hast doch ein Dämon-Pokémon. Dann kannst du doch nicht Omelette essen. Du darfst dich nicht mal angreifen. Wieso darf ich jetzt als erstes angreifen? Das ist noch eine viel bessere Frage. Oder habe ich eben einfach nicht getroffen? Das kann natürlich auch sein. Eine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht so hoch. Ja, Nickel Level 41. Ich bin mir auch immer noch nicht sicher. Ich habe ja in der letzten Folge Nickel ein bisschen aufgelevelt mit diesen Level-Steinen da. Oder wie auch immer die heißen. Mit diesen Bonbons. Und ob das jetzt mit den Werten von Nickel genau dasselbe macht, wie als wenn ich Nickel konventionell einfach hochgelevelt hätte, da bin ich mir nicht so sicher. Bringt es mir, seine Pokémon zu trainieren? Oder ist das egal, ob man denen jetzt Sonderbonbons gibt oder die mit solchen EP-Bonbons leveled etc. Das habe ich mich schon immer gefragt. Ich spiele die Rolle. Einen starken Tränen aus deinem Leben gewinnt der, der seine Rolle gut spielt. Alles Schauspieler. Wir sind alles nur Schauspieler. Geht wird wirklich, oder? Ich meine, bei unseren Eltern und Freunden sind wir anders drauf als gegenüber Fremden und so. Also irgendwie ist man schon Schauspieler. Man hat so ein paar Persönlichkeiten in sich. Ganz natürlich, glaube ich. So, Papella. Ich habe alle deine Leute besiegt. Und jetzt gehe ich etwa weg? Weil ich habe keine Lust mehr auf dich. Das sind Bewerbungswürgen für die Arena-Mission. Denion. Nicht bestanden. Eine richtige Antwort. Selten habe ich so ein Talent für Pokémon-Kämpfe gesehen. Aber er ist schwer einzuschätzen. Sadia. Nicht bestanden. Drei richtige Antworten. Ausgezeichnete Darbietung, aber sie gibt zu schnell auf. Nun ja, es ist sicher nicht leicht, die Enkelin der berühmten Magnolica zu sein. Wieso macht die bei der Arena-Challenge aber mit? Wenn du übrigens dieses Exit-Shield da im Hintergrund voll siehst. Hier geht's raus. Zum Feen-Dingsbums. Okay, Papella. I am ready. Erwartet sich ungeduldig. Ist schon am Einschlafen. Hallo? Hallo, ich bin jetzt da. Hast du mir aber zugeguckt, wie ich eben deine Fragen beantwortet habe und gekämpft habe? Oh, da bist du ja... Ups, ich bin wohl eingeschlafen. Das tut mir leid. Na, wie dem auch sei. Jetzt erfolgt deine letzte Prüfung. Zeig mir mir deinen Kampf, wie du mit deinen Pokémon umgehst. Ist okay, Papella. Oh nein, sie geht sogar so richtig langsam zurück. Deswegen ist jetzt auch dieser Schwenk auf uns einfach. Nee, doch nicht. Oh mein Gott, sie ist viel zu langsam. So langsam. Papella! Und sie hat nicht mal eine coole Pose drauf. Lame. Papella, du bist lame. Smogmog. Smog? Lol! Ein Galassmogmog. Aber Smogmog ist auf jeden Fall Gift, oder? Und nicht Fee. Das ist jetzt aber... Ach nee, warte, es ist ein Galassmogmog. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist ein Galassmogmog. Deswegen probiere ich trotzdem Gift-Tip aus. Gift gegen Gift ist wahrscheinlich nicht gut. Das wird, glaube ich, nur halben Damage machen. Der ist wahrscheinlich beides. Naja, er ist noch nix. Was ist er denn? Was ist denn ein Galassmogmog für ein Typ? Noch ne Frage? Kennst du meinen Spitznamen? Von Papella? Na, du bist die liebe... Hexe! Ach komm. Alles an dir sieht aus wie der Hexe. Als ob jetzt immer noch Fragen kommen. Das ist ja super behindert. Okay, Gift-Tip ist nicht gut. Ich will nur mal ausprobieren, ob jetzt der Ladensstoß funktioniert. Weil wir haben ja eigentlich... Genau. Wir haben ja den Walschall einmal aktiviert. Schade. Wir können jetzt also wirklich nur mit Gift-Tip in diesen ganzen Kampf kämpfen. Ist ja denn, wir wechseln unser Pokémon. Ah, Smogmog hat einfach überlebt. Und macht einen geilen Tackle. Und fass auf Hassbar. Hoffentlich langt das mit dem Gift-Tip. Also rein AP-mäßig. Blut-Kiefer! Wir bleiben bei Nickel. Solange Nickel noch so viele Leben hat, geht das alles voll klar. Hä, die hat aber nicht klassische Feen auf jeden Fall. Das ist doch auch nicht... Das ist locker auch nicht nur Feen. Locker auch irgendwie Pflanze oder sowas. Naja, wir Deinamexieren mal und probieren dann... Geht das jetzt eigentlich? Weil eigentlich ist das ja eine neue Attacke. Ja, aber anscheinend geht's trotzdem. Jetzt bin ich gespannt, ob Nickel Deinamexiert tatsächlich eine richtige Deinamex-Form hat. Oder ob sie nur groß wird. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass der tatsächlich eine eigene Form hat. Hat er aber nicht. Der Sandman. Ja, Parkrock! Parkrock regiert die Welt! Deine Giftschwall hat keine Wirkung. Es hat einfach keine Wirkung? Was ist denn das für ein Typ? Das ist meine Lieblingsfarbe. Pink! Der hat am Anfang gesagt, dass wir zu wenig Pink haben. Als ob ihre Lieblingsfarbe lila ist! Du blöde, verschrumpelte Papeller. Haben wir irgendeinen Schiri, der auch irgendwie überprüft, ob die Fragen richtig sind? Voll, ich darf nichts machen. Kann ich trotzdem deine Gewitter einsetzen, weil wir in deine Form sind? Das geht anscheinend. Okay, also wenn man Deinamexiert ist, dann zählt dieser komische Wahlschein nicht. Das ist ja höchst interessant. Guck mal, dich weg elektrisiert. Guck mal, jetzt sind da überall so Blitze im Boden drin. Was ist ja alles abgeht, doch. Togekiss. Das ist auf jeden Fall wieder ein Feen-Pokémon. Ein ganz klassisches. Und das sieht sogar schön aus. Togekiss mag ich viel mehr als die andere Weiterentwicklung von Togepi. Da können wir auch wieder einen Giftschwall einsetzen. Er ist trotzdem als erstes dran. Ist nicht dein Ernst. Und wir haben fast keine Leben mehr. Ist nicht dein Ernst. Als ob das Nickel hier nicht alleine schafft. So, kann jetzt nochmal irgendwie dieser Blitz am Boden irgendeine Bewandtnis haben? Das wäre richtig toll. Oh fuck. Und sie hat noch zwei Pokémon. Wir müssen auf jeden Fall einmal heilen. Ich möchte auf jeden Fall, dass Nickel das alleine schafft. Sie soll nicht so untergehen wie Fly damals. Und wir haben ja sogar sieben Hüpfer-Trenke. Krass. Jetzt wir einfach mal ein. Los, Nickel, du hast wieder volle Leben. Das triggert die Papella bestimmt richtig. Haha. Sie dachte, sie hätte dich, aber nein. Da bringt auch ihre Antikkraft... Ne, okay, doch. Macht übelst viel Damage. Aber was bringt denn jetzt, dass hier alles unter Strom steht? Sind unsere Ladungsstöße jetzt krasser? Oder wahrscheinlich. Aber das Wort hat nicht gesagt. Yo, sie hat einfach eine heftige Initiative als wir. Alles klar, da hat der Hyper-Trenke halt fast gar nichts gebracht. Hockeykiss ist auf jeden Fall weg. Okay, aber die ist schon heftiger wieder. Oh, du, Son. Wir bleiben bei Nickel. Mir egal, was passiert. Oh nein, das, das... Oh nein, das dynamixiert sich ja vor allem noch. Oh oh. Ach das, ja, okay. In rot. Okay, 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 okay. Kein Ding. Wie alt bin ich? Ich... Du bist auf jeden Fall 16. Du bist auf jeden Fall 16. Das ist eine tolle Antwort. Ich sag doch nicht Heil Hitler zu ihr. Hallo? 88, das geht nicht. Das ist eine tolle Antwort. Ja, ich bin ein Charmeur. Ach man. 88 wäre locker auch falsch gewesen. So, noch ein Kübertrank. Bist du auf schlimmste gefasst? Zeit, sich ein bisschen zu amüsieren. So ganz gelassen. Pocomil, komm zurück. Deine, maxiere dich. Oh, guck mal, ihre Arena ist oben sogar offen. Ja, und das habe ich euch auch schon mal gesagt. Pocomil, äh, oder Pocoson, wird einfach zu einer fucking Hochzeitstorte. Das stimmt nicht mit den Entwicklern. Warum machen sie eine fucking Hochzeitstorte? Euch fehlt es in Pink. Hier ein Geschenk von uns. Was? Greift an? Liegerlichtblick? Oh nein! Ah, das macht nur die Hälfte an Schaden. Hallo? Das ist nicht so effektiv. Ja, natürlich ist das ein Volltreffer. Warum auch nicht? Das Elektro fällt jetzt wieder weg. Keine Ahnung, was das überhaupt gemacht hat. Ich will doch nicht noch ein Kübertrank. Okay, warte. Wir haben ja Kuhmumilch. Das macht ja nur 100. Egal, ich ziehe das hier durch mit Nickel. Auch wenn unser Sonnencrow wahrscheinlich genauso gut wäre. Noch ein Giga-Lichtblick. Solange es nicht nochmal ein Volltreffer ist, sollten wir das eigentlich... Boah, Alter. Als ob die immer einen Volltreffer macht. Ah, don't care. Ich setze all meine Kuhmumilch ein. Nickel, du überlebst diesen Kampf. Sei nicht so eine Schande wie Fly. Bitte. Okay, das ist zumindest ihr letzter Lichtblick. Giga-Lichtblick. Ey, mal keinen. Ein Volltreffer. Das ist ja toll. So. Jetzt bist du wieder klein und kannst gar nichts. Du hast jetzt verloren. Denn ich setze meinen Gift-Hieb ein. Und bin hoffentlich vor dir... Nein, bin nicht vor dir dran. Aber Säurepanzer macht ja wohl hoffentlich keinen Schaden. Sondern steigt ihre Verteidigung. Einfach nur Verteidigung. Ich glaube, das bringt dir nichts gegen den Gift-Schlag. Weil Gift-Schlag ja... ...psychisch ist und nicht physisch. Tja, Pokusan. Wenn ich jetzt als erstes angreife, dann bist du leider tot. Aber nein, sie greift als erstes an. Aber verfehlt. Haha. Tja. Dann sorry, Pokusan und Parpeller. Aber ich habe euch besiegt. Mit so einem Nickel. Ganz alleine hat diese ganze Arena besiegt. Sehr gut. Bin sehr stolz auf dich, Nickel. Bin mir jetzt nicht so sicher, ob der Warschalt die richtige Entscheidung war. Aber es hat ja funktioniert. Ja, Nickel. Ach, da wirft sie gleich ihren Regenschirm weg. Euch fehlte zwar an Pink. Aber du und deine Pokémon gebt ein gutes Team ab. Wir haben jetzt zwar locker 20.000 Poké-Dollar weniger bekommen, weil wir keinen Weihrauch und sowas da hatten. Oder Glücksrauch. Aber egal. Ach, das war nicht übel. Aber leider bist du nicht ganz das, wonach ich suche. Nein, ich enttäusche, Kindchen. Meine Vorstellungen sahen da einfach sehr speziell. Mein siebter Sinn sagt mir, dass mein Nachfolger woanders auf mich wartet. Ich weiß vielleicht auch schon wo. In dieser Hinsicht warst du zwar nicht erfolgreich, aber den Feenorden hast du dir gewiss verdient. Ich weiß nicht, bin ich gespannt. Ist der unten rechts oder ist der oben links? Ich hoffe, der ist unten rechts in unserem Arena-Orden. Ja, unten rechts. Weil, dann ist jetzt die ganze rechte Seite voll. Das hat mich mega getriggert, dass da so ein Loch drin war. Dankeschön. Bis Level 45 können wir Fokum und fangen. Und noch eine komische TM-Diebeskuss. Einwander stiehlt den Ziel mit einem Kuss-Kp. Die Höhe der Heilung beträgt mehr als die Hälfte des beim Ziel angerichteten Schadens. Und sie gibt uns sogar sofort die Uniform. Eine pinke Uniform. Könnten wir vielleicht mal ausprobieren. Es ist kein Geheimnis, dass ich es genieße, junge Leute. Wie dich in die Mangel zu nehmen? Nur so profitierst du letztendlich von meinem Wissen. Doch wir Eltern müssen auch wissen, wann es an der Zeit ist, der nächste Generation die Bühne zu überlassen. Ob das auch noch storyrelevant ist? Also, dass man dann vielleicht doch wirklich nochmal gegen den neuen Arena-Leiter kämpfen muss. Das fände ich nice. Oh, du hast ja schon alles von Papella bekommen. Ja, dann kannst du ja nichts mehr von mir bekommen. Aber geh doch nach Kirschester, da ist die nächste Arena. Ist gut. Hab ich gut gemacht, oder? Ja, hast du mega gut gemacht. Jetzt werden die Leute gar nicht mehr aufhören, von dir zu reden. So, was geht jetzt wieder ab? Warte, Kindchen. Ich habe meinen Regenschirm wiedergefunden und muss nach Claw City. Möchtest du mich vielleicht begleiten? Für die nächste Arena musst du sowieso erst nach Claw City. Hier ist nämlich Endstation. Ist okay, lass uns hingehen. Ich glaube, ich habe hier alles gemacht, was ich machen wollte. Ah, Claw City ist immer so schrecklich staubig. Das hält doch kein Mensch aus. Ayo, es gibt jetzt Hyperbälle im Shop und wir haben einfach 100.000 Money. Ja, lel, dann kaufe ich doch gleich mal 25 davon. So, auf 50.000 runter, ist ganz nett. Können wir nochmal einmal die Lotterie machen. Meistens bekomme ich da eine Kumu-Milch. Ja, die von Nickel enthält mindestens eine Übereinstimmung. Ja, nice. Eine Ziffer. Wieder eine Kumu-Milch. Sehr gut, Nickel. Nicht nur als Corgi-Pokémon holst du mir die Pokébälle wieder, sondern auch als Refix heißt das, glaube ich, ne? Und das interessiert mich jetzt schon irgendwie, wie diese Feen-Uniform aussieht tatsächlich. Gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ist trotzdem noch Augenkrebs? Ja. Aber das sind jetzt nicht die Farben von Trans, ne? Trans-Vestid-Farben. Ja, nice. Die Kampf-Uniform sieht ganz geil aus. Geister-Uniform finde ich immer noch am besten. Feuer geht so. Wasser sieht viel zu weiblich aus. Pflanze geht auch noch. Und die Challenger-Uniform ist die langweiligste überhaupt und die muss man einfach permanent anhaben. Das ist so dumm. Wir können uns aber mal anders einkleiden, nicht wahr? Ich glaube, ich hole mir wirklich hier so eine Feuer-Trainingsjacke. Ich finde die ist ganz hübsch. Ja, ja. 10.000. Easy gekauft. Dankeschön. Sieht doch fresh aus. Oh. Was macht Betsy denn schon wieder hier? Du wurdest disqualifiziert. Was machst du beim letzten Arena-Typen? Du darfst nicht gegen Roy kämpfen. Das ist gegen die Regeln. Tch. Bist du hier um zu gaffen? Erfreut dich mein Anblick jetzt, wo ich kein Challenger mehr bin? Tch. Hast du wirklich nichts Besseres zu tun? Ich erwarte, okay, darf ran dich gleich. Doch, eigentlich schon. Tch. Und schon wirst du wieder kleinlaut, weil er von einem miserablen Trainer wie dir zu erwarten. Aber denk ja nicht, dass ich aufgegeben habe. Ich muss einfach Champ werden. Für den Liga-Präsidenten. Deshalb werde ich ihn darum bitten, mich wieder in der Arena-Challenge teilnehmen zu lassen. Oha. Wen haben wir denn da? Wie ist das etwa Betsy? Das ist ja mal ein strahlendes Pink. Oh nein, sag bloß nicht, Betsy wird jetzt zum neuen Arena-Leiter. Dann müssen wir locker nochmal gegen ihn kämpfen. Ach, der Junge nimmt kein Blatt vor den Mund. Und ein bisschen verschroben ist er auch. Das Zeug vom Charakter. So mag ich das. Meinen Sie mich? Alte Dame. Huch. Willkommen zu meiner. Arena-Mission. Was? Wie bitte? Spinnen Sie oben? Oh mein Gott. Pink. Pink. Von Kopf bis Fuß pink. Herzlich Glück, Wunsch-Jungchen. Dieses Bild ist atemberaubend schön. I love it. So richtig Anime-like. Sie sind doch Papella, oder nicht? Was in aller Welt sollte das eben? Olivia hat dich schamlos ausgenutzt und dich Wunsch-Sterne für sie sammeln lassen, richtig? Und jetzt, wo sie dich nicht mehr braucht, hat sie dich einfach deinem Schicksal überlassen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Die Verzweiflung steht dir ins Gesicht geschrieben. Ich kann dir vielleicht aus dieser Misere helfen. Du musst nur mit mir kommen und bereit sein, Einsatz zu zeigen. Kannst du das, Jungchen? Tja, ob ich das kann? Ist das ihr ernst? Stellen sie etwa mein Könnenfrage? Natürlich kann ich das. Ich werde ihnen zeigen, was in mir steckt. Sie werden schon sehen. Und dann bringe ich sie dazu, mir alles zu verraten, was sie über die Wunsch-Sterne wissen. Also dann, Desi, ich gehe jetzt mit meinem neuen Schnuckelbuckel Betsy in meine Arena zurück. Geh doch auf Route 7 Richtung Tja Sesta. Und sobald Betsy Arenaleiter ist, kannst du auch gerne nochmal nach Fairbelly zurückkommen. Hier, ja. Betsy, kleine Sklave, komm mit. Aber warum war Betsy überhaupt hier? Betsy, was hast du hier gemacht? Ist etwa Liga-Präsident Rosé hier drin? Nö. Na dann, Betsy ist merkwürdig. Oh, zur Hölle, müssen wir hin da? Wir müssen hin da? Ja, nach rechts raus. Sir Chester? Sir Chester? Ist in einem Eisgebiet. Na dann halt nach rechts. Oh, hallo. Warte, warte, ich weiß. Sarnia ist dein Name, genau. Hallo. Na, wie geht es voran mit den Arena-Orden? Ich hab schon fünf. Drei Stück nur noch to go. Ich hab die Antike Städte von Passbeck jetzt von oben bis unten untersucht, aber ich weiß noch immer nicht, welche beiden Pokémon hinter dem Schwert und dem Schild stecken oder wo sie sich heute aufhalten. Du hast doch gesehen, wie die Pokémon aussehen. Weißt du nur nicht, wie die heißen? Oder was ist ihr Problem? Egal. So viel ist es noch unklar. Hm, vielleicht hilft es, wenn ich mir nochmal die Wandteppiche in der Schatzkammer ansehe. Äh, äh, brr, 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 brr. Immer diese Terroristen hier. Nein, nicht die schöne Arena. Es kam aus dem Kla-Klausch-Stadium. Unter dem Stadium befindet sich das Energiewerk des Liga-Präsidenten. Oh, eine Requie-Quelle hier? Schlägt etwa dein Detektor aus. Ja, genau. Das sollte eigentlich nur an Orten geschehen, wo es möglich ist, Pokémon zu dynamaxieren. Sanya, Dizzy, habt ihr diesen Knall eben auch gehört? Rosé führt wahrscheinlich wieder irgendwelche Experimente durch. Oh, das gefällt mir gar nicht. Wenn wir nichts unternehmen, könnten sich mitten in Cloth City ein Pokémon dynamaxieren. Das ist schlimm. Im Ernst? Was sollte ich besser Rosé beteilen? Gute Idee, ich komme mit, sonst verläufst du dich nur wieder. Ach, ich kann's kaum abwarten, dich beim Turnier nach der Arena-Change abzufeuern. Überlass das dir uns Erwachsenen und mach dich auf den Weg nach Sir Chester, damit du dir den nächsten Orden schnappen kannst. Klar, ich mach dir hier ruckzuck alle nacheinander. Fertig, da hinten ist Hop. Hallo, Hop. Ja, ich seh dich, Hop. Mir fehlt hier irgendwie die böse Macht in diesem Spiel. Irgendwie Team Rocket oder sowas. Ah, diese Wald- und Papellers-Fragen waren zu viel für mich. Ich bin immer noch total durcheinander. Komm, lass uns auf Route 7 gegeneinander kämpfen. Warum erst da? Ey, warum erst da? Hop. Was ist dein Problem? Kämpf hier gegen mich. Hier können wir deine mixieren. Gut, da gehen wir halt erst auf Route 7. Diese Stadt hat einfach drei Pokémon-Center. Holy shit, okay. Route 7. Hop, lass uns kämpfen. Wo bist du? Da, hi. Da bin ich. Wie weird, da ist das einfach in der Stadt sagt, ja, lass uns kämpfen. In der Stadt haben wir zwar richtig geile Trainingsplätze dafür, aber lass mal lieber rausgehen und auf der Brücke kämpfen. Wenn ich dann verliere, dann kann ich nämlich einfach runterspringen. Haha. Ich mag unsere neue Jacke. So, in weiser Voraussicht habe ich Genona nach vorne gepackt. Denn sein komisches Fichter ist ja anscheinend Holz. Ein Holzkopf einfach. Oh, da war Relaxo. Ich glaube, gegen Relaxo kann Ranikson ganz gut sein mit dem Fluch. Weil Fluch macht, glaube ich, 20% Schaden pro Runde. Und Relaxo hat halt mega viele Leben. Okay, ist jetzt nur in Level 35 Relaxo, aber trotzdem. Ich probiere Fluch. Ja, pack dir diese Nagel in den Kopf. Das hast du verdient, Ranik. So, und wenn ich jetzt... Oh, oh. Also, Ranik ist wahrscheinlich tot. Nee, cool. Da, Fluch. Aha, du verlierst jetzt 20 oder 25% deiner Leben. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Wahrscheinlich 20%. Und das passiert jetzt in jeder Runde. Ist das nicht super geil? So, dann kommt Fly noch rein, weil Fly ist richtig gut in der Verteidigung, meines Wissens. Er hat ja auch ein Schwert und ein Schült. Ah, er ist der... Er ist die beiden legendären Pokémon, die sind im Spiel vereint. Oh, jetzt macht alles Sinn. Das hätte ich Sarnia mal sagen sollen. Fly ist der, nach dem sie sucht. Schwert und Schült. Und jetzt sind wir richtig cool, Leute. Und wir machen einfach eine Eisenabwehr, auch wenn wir Relaxo einfach töten könnten. Ah, don't care. Die Eisenabwehr wird uns nämlich in den nächsten Kämpfen auch noch helfen, gegen seine anderen Pokémon. Da kannst du auch Horte einsetzen. Das bringt dir gar nichts. Aber den Fluch hast du trotzdem in dir. Du kannst dem Fluch nicht ausweichen. Und ganz offensichtlich macht das 25% Schaden, wenn ich das richtig sehe. Wir setzen nochmal Eisenabwehr ein. Ab, ab, ab. Das tut doch weh. Wollen hält das jetzt permanent? Bis er tot ist oder was? Okay. Wir machen, wir machen Durchbruch. Wir helfen mal dem Relaxo, dass da endlich seine Qualen los wird. Ja, well. Das hätte ich wahrscheinlich von Anfang an machen können, dann wäre er einfach tot gewesen. Aber ich wollte gerne mal diesen Fluch sehen. Und ich wollte das Relaxo ein bisschen leiden sehen. Das ist wichtig, Leute. Wollen, weil es halt Hopp ist. Hopp soll leiden. Der ist schon, lol, der ist schon in seiner Depression hier. Die Berlo ist die letzte Entwicklung. Sieht auch schon wieder mega kacke aus. Ich weiß nicht, Leute. Also die letzte Entwicklung von den, von den Starter-Pokémon finde ich irgendwie alle gewöhnungsbedürftig. Jetzt geben wir alles. Feuerkraft voraus. Und sei Gott. Das ist ein Feuerball. Lol. Einfach ein Fussbeispiel da. Den mögen bestimmt viele junge Leute. Also das Design an sich. Aber warum heißt der Liberlo? Bei Liberlo denkt man doch an eine Libelle, oder? Hornifraß. Was soll das denn sein? Egal. Einfach Nickel einwechseln. Und immer noch ihren Walschall hat. Den müssen wir gleich mal weglegen. Was ist das für ein Viech? Okay, das ist garantiert Gestein. Und gegen Gestein ist Nickel mega behindert. Oder das Viech ist auch Feuer. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er zweimal Feuer-Pokémon im Team hat, oder? Das ist immer so schwer. Doch, es ist tatsächlich Feuer. Ach du Scheiße. Das ist immer so schwer einzuschätzen. Was die Pokémon, also wenn man sie gar nicht kennt, was die jetzt vom Typen sind. Fangen wir halt Janona rein, weil sie hat ja auch diese Fähigkeit mit diesen Feuereinfang-Dingsbums, was uns noch stärker macht. Also unsere Feuertalken noch stärker macht. Wenn der Feuerattacken einsetzt. Genau. Und es hat einfach gar keine Wirkung gegen uns. Das ist so geil. Diese Fähigkeit ist wirklich mega OP, finde ich. Und sie hat halt noch eine Somsasendor-Attacke, womit wir auch trotzdem Damage machen können. Aber er lernt zumindest auch dazu. Also guter, guter KI. Aber ein Sendersensor und Fodifras sollt auch weg sein. Gut. Gut, schon. Ein Belectro. Dann darf Nickel doch nochmal. Wir setzen auf jeden Fall nur Gift-Tipp ein. Weil Elektro ist halt nicht gut gegen den. Aber das heißt, auch seine Elektro-Tacken sind nicht gut gegen uns. Ja, war das ein Volltraff? Ja, moin. Tschüss, Belectro. Da war die Fäh-Arena-Leiterin aber besser als du. Ja, guter Kampf, hopp. Immer wieder gerne. Ach ja, schon wieder verloren. Naja, so ist das nun mal. Ich bin halt nicht so gut wie mein Bruder. Aber das ist schon okay. Ich bin zwar langsamer als du, aber ich bin schon viel stärker als früher. Naja, danke, dass du gegen mich gekämpft hast. Ich weiß jetzt, was ich wirklich will. Ich will nicht nur gegen meinen großen Bruder kämpfen. Ich will ihn besiegen. Ich will die Leone, den unschlagbaren schlagen. Du wirst schon sehen. Ja, komm erst mal an mir vorbei, Digga. Bevor du gegen deinen Bruder kämpfst. Gut, dann würde ich aber sagen, machen wir nochmal ganz kurz hier Items weg. Und ich gebe Nickel einfach mal den Fokusgurt. Weil, why not? Dann überlebt sie mit einem HP bei einem lethalen Treffer. Und dann wollte ich noch einmal, damit es ein bisschen schwieriger wird, in den Einstellungen beim Kampfstil auf Nicht-Wechseln gehen. Weil, dann musste mal das Pokémon drinnen bleiben, das gerade drinnen ist. Ich glaube, das ist fairer. Aber dann würde ich sagen, was ist das mit dieser Folge? Wir haben auf jeden Fall gegen Hopp gekämpft und haben die Arena halt fertig gemacht. Und in der nächsten Folge gucken, ist das die Weiterentwicklung von Mauzi? Vom Galar-Mauzi? Gucken wir uns dann hier ein bisschen um. Warte mal, zeig dich mal. Das sieht wirklich aus wie die Weite. Hä? Okay, den gucken wir uns nochmal ganz kurz an. Was ist das für ein Viech? Einen Mauzinger? Ist das die Weiterentwicklung von Galar-Mauzi? Einfach so ein Wikinger-Mauzi? What the fuck? Ist das für ein Viech? Das sieht auf jeden Fall witzig aus. Ich mag das Design. Oh, Mauzinger ist tot, weil das sehr viel tief ist. Das ist natürlich blöd. Hätte ich schon gern gehabt. War der Level 41? Also über unseren Jnona-Level. Ich glaube aber mit dem Level, das wir gerade haben, sind wir hier gut dabei. Also nicht zu krass, aber auch nicht zu weit unten. Aber ja, wir gucken uns dann hier das nächste Mal um. Und dann würde ich jetzt mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Oh, endlich mal ein Eter. Und dann bis zu nächstes Mal. Tschüss. Euer... Dizzy. Saaaaaaaaaah! WOOOOO! WOOOOOO! 5. 5. 6. 6. 9. 10.